Bei mir, wie gesagt, liegt der Schlüssel dran. Das ist schon der erste. Timo, der läuft genau auf dich zu. Ja, ich seh's gerade. Kannst gleich gucken, ob der Luke in der Kinderstrecke ist. Scheiße, wer macht denn den Ausgang auf? Ja, random. Luke ist in der Killer-Check. Luke ist in der Killer-Check. Oh, ich liege vor der Killer-Check mit dem Schlüssel in der Hand. Ach man, warum muss denn der Idiot den Ausgang aufmachen? Weil ein Wichser ist. Jawoll. Schaffst du's raus? Wahrscheinlich nicht. Laufkraft zur Killer-Check. Ach, fuck. Ich liege auf der Luke-Kar! Wie viele Mal hängst du? Was weiß denn ich? Ich hab geliehen. Du Hurensohn! Der erwartet, dass sie rausgeht. Aber du kannst... Oh ne, ich wollte grad sagen, du kannst sie aufheben und sie kann aufmachen. Wenigstens geliehene Zeit. Ja, hast du, ne? Ja. Jetzt aber zügig. Zügig. Ja, er weiß, wo er ihn wollte. Geh du durch den Ausgang. Du kannst nicht aufmachen. Oh, doch, du kannst. Perfekt. Dem schreibe ich Hurensohn. Ich dachte jetzt, wenn er draufsteht, kannst du nicht aufmachen. Ich wollte im Random schreiben. Was ist das für eine Scheißaktion, um den Schlüssel an den Arsch der Welt irgendwo in die Pampa zu legen? Ah, mein Toll hat immer noch diese... Pole. Äh, ich hab's aber auch grad nicht verstanden. Der Ghostface hat mich doch geschlagen gehabt bei der Animation. Ja, hab ich auch nicht verstanden. War ich dann in dem Fenster, wo der mir keinen Schaden macht, oder was? Nein, er hat dich viel weiter vorher geschlagen. Du hättest eigentlich verwundet abhängen müssen. Ja. War der Timo heil? Ja, aber er hat ihn geschlagen, noch bevor er angefangen hat, dich abzuheben. Ja, ja. Das hab ich ja auch gesehen.